Herzlich willkommen bei der Nadja, einem Live-Coach aus Leidenschaft. Mentoring auch noch nebenbei, weil ich halt so gerne im Business tätig bin. Heute schauen wir uns Perfektionismus an. Warum wir das anschauen? Weil ich immer wieder mit meinen Kunden, mit meinem Umfeld über dieses Thema spreche. Und weil ich genau das Gegenteil vom Perfektionismus bin. Was heisst das? Wie können wir damit umgehen? Diesen Satz. Nein, 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 Nadja, ich kann auch nicht rausgehen. Warum kannst du nicht rausgehen? Es ist noch nicht fertig. Ich muss zuerst die Webseite fertig machen, dann das Produkt muss besser werden, die Etikette muss noch besser werden. Ich muss noch dies und noch jenes und das Schaufenster ist noch nicht und ich bin noch nicht bereit. Geht nicht. Weisst du, ich bin Perfektionist. Ich gehe raus, wenn alles passt. Jawohl, das ist ein Denken, das viele von uns haben, oder? Es muss perfekt sein. Was ist perfekt, bitteschön? Das, was du in deinen Augen siehst. Du achtest auf ganz andere Dinge, als ich achte. Ein anderer achtet wieder auf ganz andere Dinge. Was ist perfekt? Perfekt gibt es nicht. Es gibt auch nicht nur diesen einen Weg. Was beim anderen funktioniert hat, heisst nicht, dass es bei dir auch funktionieren wird. Wenn der andere das beste Design hat und Auszeichnungen für das Design bekommen hat und du dasselbe machst, heisst das nicht, dass du auch erfolgreich sein wirst mit dem? Nein. Perfektionismus ist auch oftmals eine Art von Angst. Angst, natürlich, wir müssen rausgehen mit einem Produkt, mit einer Dienstleistung, mit einem Video, mit einem Ton, mit einem Foto, egal was du machst. Wir gehen raus damit und sind natürlich wie an einer Posterwand. Man kann urteilen und beurteilen über uns. Der eine wird sagen, jawohl, das ist toll, das gefällt mir. Der andere sagt, das gefällt mir überhaupt nicht. Auch wenn du dachtest, es wäre perfekt. Und das ist schade, denn was macht der Perfektionismus mit uns? Zum einen, zum ersten Erfolg, hat wirklich nichts mit Perfektionismus zu tun. Und ich bin nicht wahnsinnig erfolgreich, aber ich bin sehr erfolgreich und ich bin zufrieden mit mir und ich mache so viele Fehler und so vieles falsch. In zehn Jahren kann ich wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr darüber erzählen oder dann noch mehr Erfolge vorzeigen, dass man es eben auch schaffen kann, auch wenn man nicht die beste Aussprache hat, auch wenn man nicht das beste Gesicht hat oder dies oder die. Egal, wir sind so, wie wir sind und auch unsere Produkte, die haben die Wege gemacht, aber zu dem komme ich gleich noch. Erfolg hat nichts mit Perfektionismus zu tun. Dieses Denken, das ist das Denken, was wir haben. Wir meinen, wir müssen perfekt sein. Ich weiss nicht, woher das kommt. Ich bin kein Psychologe oder sowas, aber ich weiss, dass das viele in uns haben. Wir können erst rausgehen, wenn es perfekt ist. Es erzeugt eine Art Angst. Und dieses Denken erzeugt uns Angst, aber es will uns schützen. Er sagt, Nadja, geh noch nicht raus damit. Du wirst angegriffen. Es werden Menschen kommen und werden sagen, Nadja, das hast du dir nicht gut überlegt, das hast du falsch gemacht. Wenn wir besser mit dem Denken umgehen können, dann macht uns das Ganze nichts. Und dann können wir sagen, ja stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich werde das ändern. Oder okay, ist nicht gut, ich werde es löschen. Oder ich nehme es wieder zurück. Wie machen das die Grosshändler? Wie oft hast du auch schon Rückrufe gesehen und bekommen, obwohl die so oft getestet werden? Die haben Normen, interne Firmennormen, die haben QM-Systeme, Kontrollen, alles. Und doch gehen Produkte in den Verkauf, die zwei Wochen später oder ein paar Tage später wieder zurückgenommen werden müssen oder ein Rückruf folgt. Was denkst du? Das sind doch auch Menschen und Teams und grosse Firmen, die dahinterstehen. Warum passiert das? Weil wir nicht perfekt sind, weil nichts perfekt ist. Es gibt nicht nur diesen einen Weg. Perfekt gibt es nicht. Denn es ist sinnlos. Es kostet uns Zeit. Es kostet uns Geld. Und es kostet uns wahnsinnig viel Energie. Wir erschaffen dann etwas. Wir probieren, ein Produkt zu entwickeln oder wenn es nur ein kleines E-Book ist zum Beispiel, ein Freebie, das du am entwickeln willst. Und du hast so Panik, da rauszugehen, weil es einfach noch... Ja, klar, man kann es immer noch besser machen, noch ändern. Und irgendwann sind wir in der Situation, wo wir es nur noch am Ändern sind. Besser wird es nicht mehr. Aber es wird immer noch geändert. Ja, ich gehöre noch da, ich gehöre... Weil wir einfach nicht den Mut haben, da rauszugehen. Da kommt eben wieder unsere Unsicherheit dazu. Erkenne diese innerliche Lüge, die du dir selbst zutust. Also du denkst das. Du denkst, ich kann nicht rausgehen. Du denkst, es muss perfekt sein, obwohl dir niemand gesagt hat, was perfekt ist. Probiere das umzudenken. Lerne mit unvollkommenen Dingen rauszugehen. Also lerne, übe dich darin. Wenn du jetzt etwas auf dem Schreibtisch hast oder schon länger dich damit beschäftigst, komm, gib dir den Schub und den Mut und sagst, okay, die Nadia hat es gesagt, heute gehe ich raus damit. Ich mache es, jetzt ist es fertig, ich mag nicht mehr, jetzt gehe ich raus. Ich veröffentliche das jetzt. Ich kann auch nicht verstehen, Webseiten, dass man die retournimmt, wenn man die am Überarbeiten ist oder irgendwo, also ausser die Links funktionieren nicht. Aber wenn man einzeln oder einen neuen Flyer, dann kann man den alten trotzdem noch zu Ende gebrauchen, ausser es sind Aktionen oder irgend sowas. Aber oftmals schliesst man alle Wege zu und bis man dann das Neue hat. Geh raus und sag dir, okay, komm, ich mache es, ich habe den Mut, ich melde dieses an oder ich werde das tun oder mit dem beschäftige ich mich schon lange und ich werde das jetzt umsetzen. Und umso mehr du das tust mit kleinen Dingen. Es gibt viele Menschen, die mit wirklich kleinen, winzigen Sachen nur schon Kunden ansprechen. Oder, na gut, das ist vielleicht schon schwieriger noch. Oder E-Mail, Newsletter. Das ist ein tolles Beispiel. Wie viele gehen nicht raus mit dem Newsletter, weil sie so Angst haben, ich kann das nicht schreiben. Dann schreiben sie, dann kommt ein Test an sich selbst, dann liest man es, dann denkt, nein, das geht nicht. Okay, weiter, weiter. Dann ist die Zeitung, Tag ist wieder vorbei. Morgen hat man vielleicht keine Lust daran, übermorgen wieder daran, wieder schreiben, wieder nicht. Geh raus. Es muss in deiner Stimmung sein, es muss passen, deine Emotion, dein Gefühl, das du hast, wenn du eine Newsletter schreibst zum Beispiel. Das ist enorm. Geh nachher nicht noch fünfmal drüber. Wirklich nicht. Raus damit, auch wenn es Schreibfehler drin hat oder so. Dann verlierst du halt diese Leser, die auf Schreibfehler achten. Aber ich glaube, das ist dann sowieso nicht dein Zielpublikum. Also bei mir ist das so. Ich bin der Mensch, der umsetzt, der motiviert. Ich habe Schreibfehler drin. Ich kann die Bücher natürlich nicht. Da geht ein Lektorat drüber. Aber die Newsletter, weil ich rede, die viele, viel schreibe, auch in meiner Facebook-Gruppe. Ich liebe das Schreiben. Ich liebe es einfach. Ich kann den ganzen Tag schreiben. Ich weiss nicht, warum ich halt nicht so gut bin in der Grammatik und in der Satzherstellung. Aber ich bin mit voller Leidenschaft mit dabei. Und das sagen mir die Leser auch immer wieder. Es nimmt mich mit. Es packt mich. Und die anderen, die nur die Fehler sehen, das ist nicht, das passt ja dann nicht. Also du brauchst ja auch nur deine Leute, deine Menschen, Mitmenschen, deine Umwelt, die so sind, wie du bist. Also wenn du mit etwas Perfektem rausgehst, was nicht mehr du bist, weil du denkst, es müsste noch ein schöneres Foto sein und noch mehr mit Belichtung und Untergrund und so, aber das bist du nicht mehr, dann bringt es dir am Ende ja auch nichts. Also, grosses Thema, ich wollte nur kurz, kurz aufgreifen. Also, lerne mit den unvollkommenen Dingen einfach mal rauszugehen. Lerne immer mehr, mehr raus, bis du ein Experte darin bist. Einfach raus, raus, was macht Apple oder andere Hersteller, die, die, wie oft müssen wir die Updates machen, die Software Updates? Was denkst du, warum? Hm? Warum? Weil die rausgingen, auch ohne den perfekten Software ohne Fehler und nichts. Nein, die gehen raus, dann kommen die ersten Beschwerden und dann heißt es, oh, das funktioniert nicht mehr mit diesem Programm und das mit nichts und dann beginnen sie sich sofort dahinter zu klemmen und dann zwei, drei Tage später kommt halt wieder ein Update. Dann sind diese Fehler behoben. Hey, auch zu denen gehören wir, wir sind ja noch, wir sind ja so klein, oder? Also, wir sind gross, aber wir bewirken ja noch nicht, nicht so viel und auch wenn wir alle Menschen bewirken, dann entschuldigen wir uns und sagen, oh ja, das ist mit einem Fehler passiert, mache ich anders. Also, raus. Denn, wenn wir nicht mehr so perfekt sein wollen und sind und wir uns lernen, das auch nicht immer zu sehen, auch nicht bei anderen, nicht immer auf dieses zu achten, sondern lernen, sein, wie es ist, akzeptieren, wie es ist und Freude daran haben, dann sind wir viel beschwingter, wir haben viel mehr Zeit, wir haben viel mehr Energie, es geht uns nichts an und dann können wir nämlich auch alles tun, was wir eigentlich jemals wollten. Dann machen wir Schritte und wir kommen vorwärts. Also, mach das. Der liebe Perfektionismus, lerne den zu überwinden und du wirst es schaffen mit kleinen Schritten und du wirst sehen, wie befreiter du irgendwann dann sein wirst. Das geht schnell, wenn du wirklich jeden Tag ein bisschen dran bleibst. Gut, bis dann wieder. Ich grüsse dich. Danke. Deine Nadja. Deine Nadja. Deine Nadja. Deine Nadja. Deine Nadja. Deine Nadja. Deine Nadja.